Da lebten einmal ein Mann und eine Frau, die hatten sieben Söhne, aber keine Tochter. Und sie wünschten sich doch so sehr eine. Als die Frau wieder einmal guter Hoffnung war, da geschah es tatsächlich, dass sie ein Mädchen zur Welt brachte. Ach, was freuten sich alle! Doch das Kind war so klein und schmächtig. Ach, und da schickte der Vater seine Söhne hinaus, sie sollten Wasser holen aus der Quelle, damit das Kind die Nottaufe bekommen könnte, denn alle hatten Angst, es würde sterben. Die sieben Jungen, die liefen los. Und ein jeder wollte der Erste sein am Brunnen. Und schließlich geschah, was geschehen musste. Der Krug zerbrach. Und da standen sie nun. Und keiner traute sich nach Hause, um es dem Vater zu sagen, denn der würde wütend werden. Und der Vater, der war in dem Moment nicht wütend, sondern dem war Angst und Bange, denn er dachte, warum bleiben sie denn? Am Ende stirbt mein Mädchen, ohne dass es getauft ist. Doch dann, dann wurde er wütend. Wahrscheinlich spielen sie irgendwo und haben vergessen, heimzukommen. Ach, ich wollte, sie wären sieben Raben. Und kaum hatte er es gesagt, da hörte er über seinem Haupt in der Luft ein Schwirren. Er schaute hinauf und sah sieben kohlschwarze Raben auf- und davonfliegen. Der Vater konnte die Verwünschung nicht mehr zurücknehmen. Und so traurig die Eltern über den Verlust ihrer sieben Söhne waren, so trösteten sie sich doch einigermaßen durch ihre liebe Tochter. Die kam bald zu Kräften und wurde mit jedem Tag gesünder und schöner. Lange Zeit wusste das Mädchen nicht einmal, dass es Geschwister hatte. Die Eltern haben kein Wort davon gesprochen. Doch eines Tages, da hörte sie, wie die Leute sagten, das Mädchen wäre zwar schön, aber eigentlich sei es ihre Schuld, dass die Brüder verschwunden seien. Und da wurde sie ganz traurig, ging zu Vater und Mutter und fragte, ob sie wirklich Brüder gehabt habe. Ja, und da erzählten die Eltern das Geheimnis. Und sie sagten, deine Geburt hatte nichts mit den schrecklichen Umständen zu tun. Es war ein entsetzliches Unglück. Doch das Mädchen hatte ein schlechtes Gewissen. Und es glaubte, es müsste die Geschwister wieder erlösen. Und es ließ ihr keine Ruhe. Also machte sie sich schließlich auf und ging in die Welt. Sie wollte ihre Brüder aufspüren und sie befreien, egal was es kostet. Also nahm es ein paar Sachen mit. Und sie hatte einen kleinen Ring von den Eltern als Andenken. Einen Leib Brot für den Hunger und einen Krug Wasser für den Durst. Na, und ein kleines Stühlchen packte sie noch ein, falls sie müde wird. Und so ging sie immer weiter und weiter bis ans Ende der Welt. Und am Ende der Welt, da lebt die Sonne. Hui, die war heiß und die brannte. Und es hieß, es hieß, die Sonne würde Menschenkinder fressen. Ob es wirklich stimmt? Nun, das Mädchen rannte davon. Und es rannte und rannte bis zum Mond. Aber der Mond, der war kalt. Und auch er war grausig. Ich rieche, ich rieche Menschenfleisch. Hu, da rannte das Mädchen schnell fort. Und kam schließlich zu den Sternen. Die Sterne, die waren freundlich. Jeder Stern saß auf seinem Stühlchen. Der Morgenstern war derjenige, der aufstand. Gab dem Mädchen ein Hinkelbeinchen und sagte, mit diesem Beinchen kannst du den Glasberg aufschließen. Und in diesem Glasberg, da sind deine Brüder. Aber ohne, ohne dieses Hinkelbeinchen geht es nicht. Da dankte das Mädchen, nahm das Beinchen, wickelte es in ein Tuch und ging wieder fort. So lange, bis es an den Glasberg kam. Ja, das Tor war verschlossen. Doch es hatte ja das Hinkelbeinchen. Also nahm das Mädchen das Tuch, öffnete es. Daraus war leer. Sie hatte das Geschenk der Sterne verloren. Und nun? Wie sollte sie denn ihre Brüder retten? Sie hatte ja keinen Schlüssel. Ach, und so überlegte sie und überlegte. Und schließlich in ihrer Not, da nahm sie ein Messer, schnitt sich den kleinen Finger ab, steckte diesen in das Tor und tatsächlich, es sprang auf. Kaum, dass sie hindurchgetreten war, da kam ihr ein Zwerg entgegen. Mein Kind, was suchst du? Ich suche meine Brüder, die sieben Raben. Nun, die sieben Raben sind nicht zu Hause, aber wenn du hier warten willst, bis die Herren Raben kommen, so tritt ein. Und daraufhin brachte der Zwerg die Speisen der Raben auf sieben Tellern und in sieben Bechern. Von jedem Tellerchen aß die Schwester nur ein bisschen, und aus jedem Becherchen trank sie ein Schlückchen. In den letzten Becher, da ließ sie den Ring fallen, den sie mitgenommen hatte. Hu, und mit einem Mal war in der Luft ein Geschwirr zu hören, und da sagte der Zwerg, jetzt kommen die Herren Raben heimgeflogen. Ja, und da kamen sie, und sie stürmten hinein, und sie waren hungrig und durstig, wollten essen und trinken. Doch der Erste sagte, da hat doch jemand von meinem Tellerchen gegessen. Ja, und aus meinem Becher getrunken. Das ist doch der Mund eines Menschen gewesen. Und der Siebte, der schaute in den Becher und erblickte den Ring. Und da erkannte er, dass es ein Ring von Vater und Mutter war. Ah, Brüder, ich glaube, unsere Schwester ist hier. Und wenn sie es wäre, so wären wir erlöst. Das Mädchen hatte hinter der Türe gestanden und hörte nun, was der Bruder sagte. Da trat sie hervor, und die Raben bekamen ihre menschliche Gestalt zurück. Oh, und da umarmten sie einander und küssten sich und zogen fröhlich nach Hause zurück. Kampmeiers Kinderkanal Kampmeiers Kinderkanal Kampmeiers Kinderkanal Die forest 1990 ist nicht sondern fröhlich nach Hause. Kampmeiers Kinderkanal